Eichol ist ein typisches Walliser Dorf und hat 450 Einwohner. Eichol liegt auf einem Hochplateau 20 Minuten von FISB entfernt und 30 Minuten von SIO entfernt. Wir sind hier im oberen Teil von Eichol bei der Talstation der neuen Sesselbahn, die 2017 neu gebaut wurde. Hier an dieser Wand entstand dieses schöne Kunstwerk. Eichol hat sich in den letzten 10-15 Jahren sehr stark mit dem Thema Energie befasst. Eichol hat einerseits zwei Kleinwasserkraftwerke realisiert, hat eine Fernwärmeheizung über das ganze Dorfgebiet realisiert, fördert hier die Solarenergie und hat auch in den letzten Jahren ein Elektroauto vermietet. Eichol war auch Vermieter von einem Tesla und final sind wir zurzeit noch in einem Vorprojekt für ein Windkraftprojekt. Das heisst, die Energiewende wird hier in Eichol wirklich gelebt und von daher passt dieses Kunstwerk wirklich sehr gut zu Eichol. Für mich, diese Erwärme symbolisiert, in diesem Fall, meine Erwärme, zu sagen, dass tatsächlich, dass alles Projekte d'Energie, diese Projekte d'Energie, diese Projekte d'Energien, diese Projekte, dass die Transition und die Frage, warum man diese Erwärme an? Es gibt den Besoins primäres, die sind klar, aber es gibt auch eine Das Kunstwerk gefällt mir sehr, sehr gut, es zeigt wunderbar die verschiedenen Themen, Energie und unserer Gemeinde. Man sieht sehr gut die Windräder, die aktuell noch in der Projektierung sind, man sieht aber auch die Holzschnitzelanlage mit dem Holz vor der Zentrale, man sieht symbolisch gesehen einen grossen Staumauer für die Wasserkraftwerke und das ganze Thema runden sich wunderschön ab mit einem Wohnzimmer, mit einem Sessel, den man Platz nehmen kann, in einer schönen heimigen Stube, wo es warm ist und warm im Wohnzimmer bedeutet auch irgendwo Energie, von irgendwo muss Energie kommen, das runden das ganze Kunstwerk wirklich schön ab und ist sehr gelungen. Das Kunstwerk zeigt sehr gut, wie die ganzen Ressourcen der Natur verwendet werden können, um schlussendlich ein warmes Wohnzimmer zu erhalten. Und das zeigt auch die Leichtblume, die nur hier in Ayshol im Frühling kurz nach den Schneeschmelzen blüht. Die letzten Jahre wurden für mich technische Projekte umgesetzt, aber im Bereich Kunst waren wir nicht so aktiv. Jetzt so gesehen passt dieses Projekt wunderbar zu uns. Wir konnten somit den Start in die Kunstszene, in die Kulturszene starten hier in Ayshol und hoffen, dass sicherlich weitere Projekte folgen werden. Ich denke, Kunst kann man sehr gut im Kontext zur Energiewende nutzen, damit das Thema auch allgegenwärtig bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.